Ich glaube, du kannst uns zuerst mal ein Update bezüglich deines Kanals geben. Du hattest ja drei Strikes, du wärst also gesperrt gewesen, aber das ist ja nicht passiert. Also YouTube hat die Strikes auf deinem Hauptkanal Marcelus Wallace ja zuletzt, also einen Strike zumindest zuletzt wieder zurückgenommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, es ist ja so weit gelaufen, dass immer mehr Meldungen gekommen sind. Das muss man das ein bisschen auftrennen. Also auf der einen Seite haben wir natürlich die Oberrechtsverletzungen, die gehen meistens wegen dem Algorithmus sofort durch. Das andere sind sogenannte Formularbeschwerden. Das heißt, du kannst bei YouTube zum Beispiel sagen, da ist eine Verleumdung oder da ist ein Datenschutz oder sowas. YouTube muss ja dann so Meldemöglichkeiten bereitstellen und da sind dann mittlerweile elf Stück bei mir eingetrudelt. Das sind jetzt keine richtigen Strikes, sondern das heißt, dass das Video, was da gemeldet wird, quasi geoblockiert wird. Das heißt, wenn du jetzt ein deutscher Creator bist und gemeldet wirst und YouTube sagt erstmal, das ist okay so, dann sorgt YouTube dafür, dass in Deutschland das Video nicht mehr aufrufbar ist. Durch einen Geoblock der IP zum Beispiel. Das heißt, mit VPN oder in Österreich, Schweiz kannst du es dann trotzdem angucken. Jetzt ist es so, dass Tobias Huch versucht hat erstmal unbekanntere Videos, zum Beispiel kleinere Shorts, die dann drauf sind, striken zu lassen. Drei Stück. Dann hat YouTube mir mitgeteilt, dass mein Account innerhalb von sieben Tagen deaktiviert wird. Ich hätte die sieben Tage nutzen können, um dagegen vorzugehen. Und wenn ich das nicht tue, ist der Account dann eben weg. Zwischenzeitlich hat YouTube aber auch nochmal ein Video-Strike zurückgenommen, weil die Gegendarstellung akzeptiert worden ist, weil YouTube gesagt hat, okay, das verstehen wir, das können wir nachvollziehen. Da ist jetzt keine richtige Urheberrechtsverletzung, wogegen wir vorgehen müssen. Trotzdem haben sie dann eingeräumt, dass innerhalb von zehn Tagen eine Klage, also ein Nachweis einer Klage bei einem deutschen Gericht eingereicht werden müsste. Das hat Tobias Huch im ersten Step nicht gemacht. Also hat YouTube das Video wieder hergestellt, den Copyright-Strike zurückgenommen und dementsprechend ist auch mein Account nicht gelöscht worden. Logischerweise, weil da nur noch zwei von drei Strikes da waren. Ich habe mich dann parallel, weil das dann doch tatsächlich außerhalb der Plattform gegangen ist, auch mit einer Anwaltskanzlei zusammengetan, die sich jetzt darum kümmern, dass jetzt auch zum Beispiel diese Formularbeschwerden, die da eingereicht worden sind, sich darum gekümmert wird und um die Copyright-Strikes, um auch dann wirklich prüfen zu können, ob sie wirklich Urheberrecht verletzen oder ob das jetzt nur dazu geeignet sein soll, Meinungen zu unterdrücken und Kanäle loszuwerden, unter anderem meinen. Und da sind wir noch dabei. Also wir haben jetzt von den dreien, die jetzt wirklich akut waren, zwei haben wir gelöscht. Aber wie gesagt, es gibt auch aus den letzten 24 Stunden neue Updates, das sind jetzt wieder neue dazugekommen. Und was in den letzten 24 Stunden passiert? Also, wo fange ich an? Ich habe ja gestern ganz kurz noch gestreamt und wollte eigentlich pennen gehen und kriege dann um halb zwölf eine Nachricht, dass ein weiteres Video von mir wegen einer Datenschutzbeschwerde überprüft wird. Allerdings hat YouTube da gesagt, die Datenschutzbeschwerde sehen wir nicht. Das war von Tobias Huch auf dem neuen Kanal schon. Da ging es um die Flüchtlingshilfe, weil die hat er auf dem alten Kanal, also Marcellus-Wolles-Kanal, wegen angeblicher Verleumdung, das ist bis heute nicht geklärt, warum, wieso, weshalb, da sind wir mit dem Anwalt dran, gesperrt, geoblockiert sozusagen. Und das zweite Ding ist jetzt gewesen, auf dem neuen Kanal, weil ich sie re-uploaded habe, war er jetzt der Meinung, es ist keine Verleumdung, sondern es ist eine Datenschutzbeschwerde. Und hat diese Datenschutzbeschwerde per Formular bei YouTube eingereicht und YouTube hat gesagt, sehen wir nicht so, wir sehen das ein bisschen anders, das ist keine Datenschutzbeschwerde, wir werden jetzt erstmal nichts tun. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, wie kann es denn bei Marcellus-Wolles eine Verleumdung sein, aber jetzt auf dem neuen Kanal eine Datenschutzbeschwerde, wenn es eins zu eins die gleichen Videos sind. Das ist ein bisschen komisch. Ja, ja, definitiv. Und dazu muss man glaube ich noch sagen, die anderen Plattformen, Odyssey, da bist du ja auch, die haben dich nicht gesperrt. Nee, da hat es auch bis jetzt keiner versucht und ich glaube auch, das liegt an den Aufrufzahlen, weil Odyssey halt keine Aufrufe macht. Ich glaube nicht, dass man da großartig dahinter ist, wenn jetzt ein Video 20 Aufrufe auf Odyssey hat, ich glaube, das interessiert ihn nicht wirklich. Nee, nee, aber wenn du es aus dem Internet tilgen wolltest, dann müsstest du ja auch auf anderen Plattformen dagegen aktiv sein und nicht nur auf YouTube. Dann müsstest du tatsächlich dafür Sorge tragen, dass das tatsächlich überall verschwindet, dem ist aber aktuell nicht so. Jetzt muss man natürlich dann auch die Frage stellen, wie akut ist denn das dann eigentlich? Zumal, wenn er jetzt von einer Verleumdung spricht, er muss ja nicht Formulare ausfüllen, er könnte ja genauso gut zur Staatsanwaltschaft gehen, eine Anzeige schreiben, weil eine Verleumdung ist eine Straftat, 187 StGB und könnte dann einfach sagen, wir klären das vor Gericht strafrechtlich und wenn das per Gericht bestätigt wird, dann sorge ich halt dafür, dass du auch nochmal zivilrechtlich einen draufkriegst. Das ist ja nicht passiert. Also er möchte diesen Kanal loswerden. Das ist ja sehr interessant. Du kannst eine Verleumdungsbeschwerde abgeben, ohne den anderen wegen Verleumdung anzuzeigen. Ja, das ist das Schöne an diesem System YouTube, ja. Also eigentlich müsste YouTube doch sowas dann automatisiert ablehnen, denn wenn gar kein Verfahren läuft, dann kann ja gar nicht rechtlich festgestellt werden, ob das überhaupt eine Verleumdung ist. Ich meine, sowas müsste ja eigentlich in einem rechtsstaatlichen Verfahren entschieden werden und nicht von irgendeinem Mitarbeiter von YouTube. Ja, so wie ich das verstehe, wenn du so ein Formular einreichst, wird das automatisiert abgearbeitet per Algorithmus. Das heißt, es werden diese logischen Abfolgeteile getan. Ist der Name korrekt? Ist die E-Mail-Adresse korrekt? Lässt sich das in irgendeiner Weise logisch zusammenziehen und dann wird das erstmal runtergenommen aus Selbstschutz, weil YouTube erstmal guckt, dass sie sich selber schützen, dass sie nicht hintenrum dann verklagt werden können, weil sie eben die Rechte einer dritten Person nicht wahrgenommen haben, die eine Verleumdungsbeschwerde eingereicht hat. So denke ich mir das zumindest. Und dann hast du die Möglichkeit, in diesem Formular wird dir nicht mitgeteilt, was der Zeitstempel ist, was das Zitat ist. Es wird nicht transkribiert. Du hast also keine Ahnung, warum das überhaupt wegen Verleumdung Beschwerde eingereicht worden ist. Darfst dich aber über einen Link in eine Gegendarstellung begeben sozusagen und kannst dann dagegen vorgehen. Das Lustige ist, wenn du nicht weißt, was dir vorgeworfen wird, aus welcher Szene, aus dem Video das ist, welcher Zeitstempel, welches Zitat, wie willst du dich dann dagegen verteidigen? Das ist ja quasi unmöglich. Und das ist ein Riesenfehler. So und jetzt muss ich mit einer Anwaltskanzlei quasi YouTube anschreiben, weil die auf Privatpersonen scheißen. Die antworten dir einfach nicht. Sorry für den Ausdruck, aber es ist nun mal so. Und jetzt muss die Anwaltskanzlei dann eben vorgehen und sagen, bitte leg uns alle Formulare, das sind mittlerweile 13 Stück, leg uns die hin. Sag uns, was der Melder da reingeschrieben hat, wer der Melder ist, wer die E-Mail-Adresse ist, damit wir dagegen vorgehen können und damit wir das verteidigen können. Also das muss sich bei YouTube ändern, wirklich. Also es reicht nicht aus, einfach nur eine Meldemöglichkeit bereitzustellen, ohne dann wirklich eine vernünftige Prüfung dahinter zu haben. Definitiv, definitiv. Also was sind jetzt die Aussichten für deinen Kanal? Also der wird jetzt wahrscheinlich nicht verschwinden. Du hast die Strikes wegbekommen und es ist unwahrscheinlich, dass da jetzt neue reinkommen, oder? Ja, ich würde es nie ausschließen, unwahrscheinlich sowieso nicht, denn jetzt werden dritte Personen involviert. Ich hatte mir auch fest vorgenommen, euch das quasi zu zeigen. Jetzt kann ich euch das wenigstens berichten. Ich habe nämlich um 16.40 Uhr wieder mal Copyright Takedown bekommen von YouTube. Ich lese das mal ganz kurz vor, es ist ein Minütchen nur. Deaktivierungsanfrage wegen Oberrechtsverletzung für YouTube-Video erhalten. Und dann schreibt YouTube folgendes, in Bezug auf deine Videos haben wir die unten folgende Benachrichtigung über eine Oberrechtsverletzung erhalten. Dann wird noch bla 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 bla, das war nicht so wichtig. Wir gehen davon aus, dass deine Videos durch faire Verwendung, faires Handeln oder ähnliche Ausnahmen in Bezug auf den Oberrechtsschutz abgedeckt sind. Die sogenannten Schranken sind das. Wir möchten dir mitteilen, dass wir momentan nicht planen, deine Videos zu entfernen. Dann ist der Videolink dabei, noch ein bisschen urheberrechtliche Hinweise und dann steht unten die Meldung. Name des rechten Inhabers, Tobias Huch. Vollständiger Name, Tobias Huch. Position, Produzent. Nutzername, Tobias Huch. Dann wird noch der Link des Originalvideos angegeben und das habe ich schon des Öfteren bekommen heute. Des Öfteren? Wie viel mal denn? Nochmal, und zwar ist ein anderer YouTuber, der sehr gut mit Huch kann, der auch reichweitenstark ist, der auch politische Themen behandelt, mit in das ganze Ding eingestiegen und hat ein Video, wo Tobias Huch auf diese Person reagiert, wo ich dann auf beide reagiere, runternehmen lassen mit Hinweis auf Oberrechtsverletzung. Das Video von Tobias Huch allerdings oben gelassen. Also ich weiß nicht, ob es ihm da wirklich um Urheberrecht geht. Kannst du den Namen dieses YouTubers sagen oder möchtest du den eher noch zurückhalten? Na, es ist ja beweisbar, es ist jetzt keine Verleumdung. Es ist Marc Reicher. Ah, den kenne ich. Also VisualPolitik hat quasi dann den Strike eingereicht, VisualPolitik Deutschland. Das ist ja quasi dann sein Pardon zu seinem Privataccount Marc Reicher. Hilfe, auf die habe ich schon viermal reagiert. Hauptsache decken die meinen Kanal nicht. Ja, solange du meinungskonform bist, dann passt das schon. Ich glaube, der hat dem Huch da irgendeinen Gefallen getan. Das ist jetzt meine Vermutung. Weil das Originalvideo vom Huch, jetzt musst du dir überlegen, du reichst einen Urheberrechts-Strike ein für einen Kanal, der einem anderen sowieso unliebsam ist, mit dem du sehr gut befreundet bist, lässt aber dann das ursprüngliche Video, auf das ich reagiert habe, online. Ich habe beide Quellen angegeben, obwohl ich nur eine Quelle hätte angeben müssen. Es sind beide angegeben. Also mit Urheberrecht hat das gar nichts zu tun. Und das Originalvideo von Marc Reicher geht 30 Minuten und die Reaktion von mir geht fast anderthalb Stunden. Also ich würde mal behaupten, dass das Ding eine eigene Schöpfungshöhe hat. Mhm. Ja, also eigene Schöpfungshöhe kann man sich natürlich immer streiten. Aber Tobias Huch ist ja ein Reaktion-Streamer und mindestens bei ihm ist das dann sehr seltsam, wenn er andere Reaktion-Streamer abmahnt dafür, dass sie Reaktions machen. Das habe ich auch unter anderem in die Gegendarstellung reingeschrieben, dass er quasi nur von Reaktionen lebt und keinen eigenen Content produziert und er immer darauf angewiesen ist, dass er von allen Leuten neuen Content bekommt. Weil ansonsten stirbt sein Twitch als auch sein YouTube-Kanal aus. Ja, und es ist ja gängige Praxis, dass man Reaktions eigentlich als unter das Urheberrecht fallend nimmt. Also dass sie quasi keine Verletzung des Urheberrechts darstellen, sondern eigene Schöpfungshöhe haben. Ansonsten wäre ja die Hälfte von YouTube Deutschland und wahrscheinlich ganz Twitch morgen früh tot. Ja, um fair zu bleiben. Wenn du jetzt natürlich ein Reaktionsvideo machst, wo du außer Hi-Hi-Haha nichts zu beizutragen hast, dann würde ich dann schon sagen, okay, da gibt es einen berechtigten Zweifel, dass das eine eigene Schöpfungshöhe hat und dass du da irgendwelche Schranken bedienst mit, weil das tatsächlich keine eigenständige Leistung ist, nur Hi-Hi-Haha zu machen. Wenn du aber dann auf politische Themen reagierst, widersprichst, Beweise googlest, ich bin ja sogar tatsächlich teilweise in den Livestreams dabei, irgendwelche Sachen zu googeln, parallel evident nachzuweisen, dass das nicht korrekt ist oder sowas. Das ist dann schon eine andere Hausnummer. Und dann sich hinzustellen, wenn man selber von Reaktionen lebt, zu sagen, der darf aber nicht auf meine Videos reagieren, weil der hat eine scheiß Meinung, halte ich für sehr schwierig. Hat sich Tobias Huch denn schon einmal zu diesen Strikes geäußert? Ich meine, das geht ja jetzt schon seit Längerem. Kein einziges Mal. Außer, das muss ich korrigieren, kein einziges Mal auf YouTube per Video oder Reaktion oder im Twitch-Stream. Am Anfang natürlich beleidigend. Ich habe das Video ja online gestellt. Ich glaube, das hattest du dir auch kurz angesehen. Und hat dann im Discord allerdings seinen Admin oder seinen Mod, ich glaube, Rüpel ist Mod, der Rüpel77 oder wie der heißt, der hat dann für alle gültig die Regel aufgestellt, auf Personen wie Marcellus Wallace, Grenzgänger oder andere Kanäle, die Hass und Hetze verbreiten, laut deren Meinung zumindest, wird weder in den Vorschlägebereichen noch Diskussionspanels noch sonst wie irgendwie Stellung genommen. Und wer das doch tut, wird neben den Beitragslöschungen auch einen permanenten Bann, wenn er es wiederholt macht, erfahren. Also da wird quasi komplett alles unterdrückt und er redet auch gar nicht drüber. Er behauptet immer, ich wäre klein und irrelevant und er möchte mir keine Plattform geben. Das Problem an der Geschichte ist, so heftig, wie er jetzt versucht, meinen Kanal loszuwerden, kann ich ja gar nicht so klein und irrelevant sein. Und da 99,9 Prozent der ganzen Sachen, die er da einreicht, völliger Unsinn sind, macht das ja größer, als es vielleicht haben möchte. Das ist die Frage, du warst ja vorher in keinen Talks. Ich meine, den Talk, den du mit mir gehabt hast, das war ja einer der ersten. Und jetzt bist du, glaube ich, auf einigen Kanälen eingeladen und du hast, glaube ich, auch bald Aggressionsprobleme zu Gast, wenn ich da richtig zugehört hatte. Ja, ich habe mich mit dem Ser tatsächlich schon häufiger ausgetauscht, auf Instagram allerdings, weil wir uns gegenseitig zum Auskonflikt aufgeklärt haben oder dass wir mal auch über Tobias Huch gesprochen haben, weil er hat ja auch eine Vergangenheit mit Tobias. Und das ging ja auch bei denen so weit, dass Tobias Huch ihn verklagen wollte auf 25.000 Euro, weil er da in dem Video irgendwas gesagt hat, was Tobias Huch nicht gepasst hat. Jetzt muss man auch verstehen, dass die beiden natürlich noch eine viel weitere Vergangenheit haben, denn Aggressionsprobleme hat Tobias Huch damals auch mal gestrikt, wegen Urheberrecht. Und die tun sich da gegenseitig jetzt nichts. Ja, also. Und so sind wir halt auch zusammengekommen über das Thema Tobias Huch und dann jetzt natürlich ein Auskonflikt. Und dann haben wir uns mal irgendwann zusammengesetzt, weil er ist ja jetzt auch bei Manuel Seng gewesen, er war bei Bilesch, bei den ganzen Leuten und hat auch mal bei uns gefragt, also bei mir in dem Fall, ob wir uns nicht auch mal irgendwie austauschen wollen. Das werden wir auch tun. Ich werde auch mit Snitch noch mal reden. Ich habe auch sehr wahrscheinlich einen Talk mit Polytopia, mit dem muss ich aber noch mal ausklamüsern, wann. Der Kollege von ihm, ich glaube, ja, das kann gut sein, weiß ich gerade aktuell gar nicht. Ich glaube, der Kollege, alle drei zusammen war das, der hatte da auch den Kontakt hergestellt und auch die Anfrage an Erwitt übermittelt, also danke da noch mal für. Und da wird ein bisschen was kommen. Ich glaube, Brotfunk könnte ich auch noch mitnehmen, wenn wir einen gemeinsamen Termin finden. Also da ist ein bisschen was in der Pipeline, ja. Ja, also, bist du dadurch quasi in Kontakt zu vielen neuen Kanälen gekommen? Mal gucken, ob es hier so eine Art Streisand-Effekt gibt, dass Tobias Hochin versucht hat, was zu unterdrücken und das dann noch größer geworden ist. Ja, guck mal. Ich möchte ja ehrlich sein, ne? Wenn ich jetzt was getan hätte oder auch vielleicht sogar getan habe, was tatsächlich auslegbar ist, dass es irgendwelche Rechte verletzt, sei es straflich, whatever, warum ist ja dann nicht Manns genug mit 42 Jahren mir eine E-Mail zu schreiben, was du im Video ABC sagst, anstelle sowieso, ist falsch oder verletzt meine Rechte oder was auch immer, kannst du das bitte rausnehmen? Warum muss man denn dann immer mit dem Dampffammer da durchlaufen? Egal, was ich im Video sage. Ich habe ihn ja jetzt nicht von oben bis unten beleidigt oder so, sondern ich habe einfach nur gesagt, pass mal auf, deine Aussagen, die du in manchen Videos und in manchen Postings triffst, sind halt teilweise gelogen, teilweise Fake News und das ist korrigiert so und mehr war das ja auch nicht quasi, ne? Damit muss er rechnen, wenn er in die Öffentlichkeit geht. Muss ich ja auch mit rechnen, wenn jetzt irgendeiner sagt, ich mache ein Video über den Wall-List, weil der Scheiße labert und kann das dann vernünftig darlegen, dann ist das so. Dann würde ich jetzt auch nicht hingehen und den striken oder so. Vielleicht würde ich mit dem reden. Keine Ahnung. Aber so mit dem Dampffammer, da tut er sich keinen Gefallen mit. Er hat ja am Anfang noch auf deine Videos reagiert. Nee, gar nicht. Gar nicht? Und das war KuchenTV? Das war KuchenTV. KuchenTV hat damals in eiligem Gehorsam, hätte ich jetzt fast gesagt, als ich im Urlaub war, auf zwei, drei Videos reagiert, die Tobias Huch ihm vorgesagt hat, weil es gar nicht um KuchenTV ging, also damit gar nichts zu tun gehabt und hat ihm dann quasi einen Gefallen getan, wo ich der Meinung bin, das ist jetzt natürlich nur meine Denkweise, aber ich denke schon, dass das so ein bisschen auch der Hintergedanke war. Wenn dann großer Millionen-Account drauf reagiert, dann werde ich schon meinen Mund halten. Und er hat jetzt halt über zwei, drei Jahre gelernt, dass ich eben meinen Mund nicht halte, egal was er macht. Und jetzt muss er halt meinen Kanal irgendwie loswerden, weil es dann für mich schwieriger wird, wieder in das Partnerprogramm von YouTube zu kommen. Ja, zum Abschluss hätte ich da noch eine Frage, die hätte ich eigentlich schon vorhin stellen sollen, aber was ich mich zu diesen Verleumdungsbeschwerden nochmal gefragt habe, kann man die irgendwie loswerden? Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, was überhaupt in das Formular eingetragen worden ist. Und dann können wir erstmal bewerten, ob das überhaupt strafrechtlich relevant ist. Und dann steht ja auch noch im Raum, ob das rechtsmissbräuchlich den AGBs von YouTube entsprechend getan worden ist. Und dann steht im Raum, eine Löschung von Tobias Huch zu beantragen. Also es kann sein, dass das wie ein Bumerang ganz heftig bei ihm zurückkommt und er nie wieder einen Fuß auf die Plattform YouTube setzt. Das würde ich mir überlegen. Also ja, das ist jetzt die Frage, inwieweit YouTube dann tatsächlich größere Accounts sperrt. Denn die Grenzgängerstudios, denen ist ja Ähnliches passiert. Bei denen wurde ein Video auch mit einer Verleumdungsbeschwerde gesperrt. Und das ist bisher nicht wieder online. Das ist nur auf Rumble verfügbar und nicht auf YouTube. Also nicht auf YouTube in Deutschland. Ja, da weiß ich aber auch nicht, was die dagegen getan haben oder ob die überhaupt irgendwas dagegen getan haben oder ob die sagen, ist uns egal. Also ich wehre mich da auf jeden Fall gegen, weil es nimmt jetzt echt langsam überhand. Und vor allem, du musst dir überlegen, es kann ja mal sein, dass da nochmal ein anderer Creator kommt, der vielleicht auch über Tobias Huch irgendwelche Videos macht, die vielleicht kritischer Natur sind und der macht dann das Gleiche nochmal. Das geht nicht. Ja, natürlich geht das nicht, aber wie gesagt, weil das ja nicht nur dir passiert ist und da habe ich mich gefragt, wie das bei den Grenzgängerstudios gewesen sein wird. Denn egal war es Ihnen ja nicht, Sie haben Ihren Zuschauern ja empfohlen, nehmt euch eine VPN oder schaut bei uns auf Rumble vorbei. Da haben wir das Video auch und da ist es nicht gesperrt. Ja, wie gesagt, ich hätte mir einen Anwalt genommen, wenn ich Grenzgänger wäre. Ich bin aber auch nicht im Thema drin, was die gemacht haben. Ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwas öffentlich gemacht haben und gesagt haben, wir haben das und das gemacht oder wir haben rechtliche Schritte eingeleitet. Weiß ich nicht, kann ich denen nicht sagen. Ja, die sind immer relativ transparent, was sowas betrifft. Die hatten ja auch einen Streit mit Jürgen Todenhöfer und da haben sie dann begründet, also da haben sie erst mal gesagt, wie da der Stand ist und dann zweitens, wie sie weiter vorgehen sollen, dass sie da wahrscheinlich nicht mehr weiter vorgehen werden, weil das einfach irgendwann zu teuer wird. Ja, Todenhöfer ist jetzt aber auch jemand, der wirklich Geld hat, sich solche Prozesse zu leisten. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Grenzgänger ausgestattet sind und wenn das jetzt nur ein Video ist, was quasi gegeoblockiert worden ist von den Grenzgängern, weil sie da irgendwas gesagt haben, was ihm nicht gefallen hat, dann hat das ja keinen reellen Schaden. Also der Kanal ist dann nicht bedroht, du kriegst keinen Strike und dann lassen sie es wahrscheinlich auf sich beruhen. Nee, das war ein bisschen mehr. Das war nicht ein geoblockiertes Video, da haben sie wirklich, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, schaut euch das bei den Grenzgängern nochmal an, das Video, wo sie erklärt haben, warum sie wie vorgehen, ist immer noch online, aber die Doku gegen Todenhöfer ist halt nicht mehr online deswegen, nicht mehr auf YouTube. Nee, ich meinte wegen Tobias Huch, nicht wegen Todenhöfer. Achso, achso. Also das interessiert die wahrscheinlich dann nicht, was mit Tobias Huchs Video ist. Obwohl er da schon ordentlich die Hose runtergezogen bekommen hat, teilweise. Es war ja alles belegt und alles auch eingeblendet worden in der Nachproduktion, dass da keine Quatsch erzählt wird sozusagen, aber es wird halt trotzdem dann wegen Vernäubung runtergenommen, was ich auch nicht verstehen kann. Also wenn du in dem Video quasi Belege zeigst und wenn du die Quellen angebst und wenn du sagst, wo das her ist, dann kann er jetzt einfach nicht sagen, das ist Verleumdung. Da müsste er ja auch gegen alle Quellen vorgehen, die das genauso beurteilen. Das wäre ein Riesenaufwand. Also schwierig. Ja, ich würde sagen, das wäre ein Riesenaufwand. Ja, ich würde sagen, das wäre ein Riesenaufwand. Vielen Dank.